Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Rayman Legends. Mir ist gerade so eine Begeisterung ins Gesicht geschrieben, wenn ich schon wieder an die heimgesuchten Gemälde denke, wie zum Beispiel dieses hier. Licht im Dunkeln. Ich glaube, das müsste das gewesen sein, wo ich das letzte Mal wirklich so extrem geschimpft habe, ja. Aber heute auf ein neues mit viel Elan und das war von der Zeit her nicht mal schlecht. Au. Der hat mir jetzt aber eine mitgegeben. Oh, das artet ihr alles so in Chaos aus. Okay, da war ich wieder ziemlich langsam. Also zwei Sekunden langsamer als vorher. Dumm, didum. Au. Ähm, wie mache ich den da am geschicktesten? Hm. Aua. Äh, wie hatte ich das denn vorhin gemacht? Dumm, didum. Komm, mach da auf. Und das ist wieder so, na kann das Ding nicht gleich aufmachen. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Pam, pam. Und schon wieder. Das kann ich doch eigentlich schon wieder vergessen. 14 Sekunden. Vorhin war ich bei 11. Pam. Weiter geht's. Ach so, ja, da war ich schon mal stehen geblieben. Genau, da muss ich ja immer quasi über den, über den heimgesuchten Raymond drüber springen. Aber gerade noch so über den drüber gekommen. Pam. Und hier hoch, den mitnehmen. Pam. Und weiter geht's. Okay, hier zwei Sekunden schneller als gerade eben. Ja, zwei Sekunden noch und es kommt sicherlich noch ein Level, ne? Mach auf. Boah, wie soll man das denn in dieser Zeit hier schaffen? Wow. Okay, auf alle Fälle hier mehr Zeit einsparen. Und zwar so, zehn Sekunden. Ich kann mir das sowieso zwar nicht merken, wie ich das gerade eben gemacht habe. Aber, ach scheiße. Dieser, dieser heimgesuchte Raymond hier. So, wie habe ich das gerade gemacht? Auf alle Fälle nicht so. Aua. Ähm. Am, 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 am. Okay, da muss ich dann nochmal über ihn drüber springen, ne? Ich sag ja, das Level hier, das könnte echt spaßig werden, ne? Pam. So, hier drüber. Okay, elf Sekunden, ne? Ähm. So, den haben wir. Den hier, den hier. Den hier. Den hier. Und, weiter geht's. So, hier muss ich irgendwie noch ein bisschen schneller sein. Ne, da brauche ich einfach, muss ich da eventuell, ich glaube, ich hätte da sogar eine Idee für die Passage. Die anderen beiden klappen mir jetzt eigentlich relativ gut von der Zeit her. Also, glaube ich jetzt zumindest. Elf Sekunden, okay. Dann hier hoch, hier hoch, den mitnehmen. Und, weiter geht's. Puh, wie auch immer ich das jetzt gerade gemacht habe. So, einmal hier hin, hier hin. Ja, wieder zu viel Zeit vergeudet. So, jetzt einmal das hier angucken. Hoch. Puh, 44. Hm. Wo soll ich denn da bitte noch vier Sekunden einsparen? Aber, zumindest kann ich von mir behaupten, ich habe das Level hier einmal geschafft. Okay, genau elf Sekunden. Also, das heißt, ich war hier schon mal schneller. Weiter geht's. So, in der Passage muss ich hier irgendwie noch ein bisschen schneller sein. Da hatte ich wieder so viel Zeit gebraucht und die nächste schaffe ich nicht auf sieben. Aua. Da war ich eh schon wieder auf 42 Sekunden. Ich muss in der dritten Passage einfach schneller sein. Da gibt's 100 Pro und Trick, ne? Wie man das Ganze noch schneller machen kann. Äh, komm, töte mich mal. Ne, 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 ne. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Muss ich mir dazu wirklich mal ein Video reinziehen, wie man das hier am schnellsten lösen kann? Oder wie das vielleicht jemand anderes in der Zeit gemacht hat? 11.25 ist in Ordnung, meiner Meinung nach. Ähm, wieso war ich jetzt da links? Äh, muss ich das jetzt verstehen? Okay, wieder 11 Sekunden hier. Oh, Moment, das kann ich eventuell so machen. Da muss ich gar nicht oben hin. Vielleicht kann ich da wirklich auch ein bisschen Zeit einsparen. Vorausgesetzt, ich kriege das nochmal so hin. Oh, nö, spring doch. Das kann ja was werden, ne? Das verflixte Zeitlevel. Oh, Mann, jetzt komme ich nicht mal mehr da hoch. Aber ich sehe es heute positiv. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Wenn es wirklich ist, ne? Wenn ich das nach dem Part noch nicht habe, dann werde ich mal ein anderes Zeitlevel probieren. So, 10.83. Ähm, das war natürlich wieder schlecht. Let's rage, Raymond Legends. Aua. Feuerball ins Gesicht. Ähm, also entweder spuckt er jetzt gerade mit Absicht hier mehr Feuer, oder ich mache gerade irgendwas anders. Okay, 11 Sekunden. Ah, da, Moment, da hätte ich ne Idee. Da hätte ich ne Idee. 10.50. 10.50. 23.50. 23.00, hatte ich das vorher nicht hier auch? Ah, wieder viel zu lange gebraucht. Hier gibt's nen Trick. Jetzt habe ich sogar noch länger gebraucht als das letzte Mal. Ähm, wir werden es mal so machen. Ich werde mir da mal, äh, eventuell doch, ich werde mich da mal spoilern und ein Video reinziehen. Ähm, nach der Folge. Ähm, wir werden uns jetzt erstmal das nächste Zeitlevel zu Gemüte führen. Äh, wo bin ich denn hier? Äh, wo bin ich denn hier? Oh. Okay, da muss ich gleich durch. Ich verstehe schon. Und warum will ich den eigentlich kaputt machen? Wer stört, ist der hier? Oh, schon wieder gewartet. Einfach, einfach durch. Okay, da kann man nicht durchschießen. Ich verstehe schon. Oh, ich verbrenne mir den Hintern. Da vielleicht kurz warten, ne? Aber gerade habe ich eigentlich noch gesagt, äh, ganz schnell durch, ne? Na klar, auch noch sowas. Wisst ihr, da sehe ich wieder, 35 Sekunden, dass ich ja selber kein Problem mit den Zeitleveln habe. Nur mit diesem einen Scheiß heimgesuchten. Aber wie gesagt, da gibt es sicherlich einen ganz einfachen Trick, wie man laufen muss. So, haben wir jetzt hier noch ein Zeitlevel? Ne, dann würde ich sagen, wir werden jetzt noch kurz unsere, ähm, rubellose, äh, ne, haben wir gar nicht. Haben wir gar nicht. Hm. Äh, Leute, da mache ich es kurz so. Ich werde hier kurz den Park beenden, ne? Und, äh, werde mir, äh, hier mal was reinziehen und gucken, ob ich da irgendwo was finde, wie man das am besten macht. Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich! Bis gleich!